Geopolitik Teil 10 Indirekte Herrschaft durch Angst Ein weiterer Ansatzpunkt für indirekte Herrschaft ist Angst, die Furcht, die man den Menschen einflößt, weil über ihnen angeblich eine Bedrohung schwebt. Selbst wenn das zutreffen sollte, wird die Bedrohung doch so übertrieben, dass sich die Bürger freiwillig den Wünschen der Strippenzieher beugen. Die Vollendung wird erreicht, wenn die Bürger selbst es sind, die sich nicht nur bereitwillig den Normen und Maßnahmen unterwerfen, die ihnen auferlegt werden, sondern nachdem sie von der drohenden Gefahr überzeugt wurden, gehorsam und beharrlich die Anwendung besagter Maßnahmen fordern. Der Sozialpsychologe Philipp Zimbardo ist überzeugt, dass Angst die beste psychologische Waffe ist, über die der Staat verfügt, um seine Bürger zu manipulieren. Das geht so weit, dass sie bereit sind, ihre Freiheiten und Grundrechte zu opfern, sobald ihnen eine allmächtige Regierung dafür Sicherheit verspricht. Nach Darstellung Zimbardos rief die Regierung Bush nach den Angriffen vom 11. September den Krieg gegen den Terrorismus aus, weil dieser die Hauptbedrohung der nationalen Sicherheit und des Vaterlands sei, weshalb man ihm mit allen erforderlichen Mitteln entgegentreten müsse. Derselbe ideologische Bezugsrahmen wurde laut Zimbardo von fast jedem Land verwendet, das die Unterstützung von Volk und Militär für aggressive und repressive Kampagnen brauchte. Etwa als in den 1960ern und 70er Jahren Diktaturen in Brasilien, Griechenland und anderswo Folter und politische Morde rechtfertigen wollten. Angst wird auch gefördert, um Gesellschaften zu schaffen, die kriegerische Anstrengungen enthusiastisch aufnehmen und deren Fortsetzung und Intensivierung befürworten, was zweifellos dem in der Wirtschaft mancher Länder so maßgeblichen militärisch-industriellen Komplex zugutekommt. Dem sind noch die sogenannten Grauverkäufe hinzuzurechnen, die über alternative legale Kanäle verlaufen, sowie die Weitergabe sogenannter Dual-Use-Technologie, die sowohl zivil als auch militärisch einsetzbar ist. Ebenso verantworteten die Vereinigten Staaten nach Angaben des SIPRI zwischen 2013 und 2017 ganze 34 Prozent der weltweiten Waffenexporte gegenüber Russland mit 22 Prozent, Frankreich mit 6,7 Prozent, Deutschland mit 5,8 Prozent, China mit 5,7 Prozent und Großbritannien mit 4,8 Prozent. Seit dem Zweiten Weltkrieg sahen es die Großmächte als geboten an, die Front so weit wie möglich von ihrer eigenen Bevölkerung entfernt zu halten. Solange die Bürger Grausamkeit und Schrecken des Krieges nicht am eigenen Leib erleben müssen, setzen sie der massiven Aufrüstung meistens keinen Widerstand entgegen. Man hat sie ja überzeugt, dass diese Waffen nur zu ihrem eigenen Schutz gegen entfernte Feinde eingesetzt werden sollen. Die Macht großer Lobbyorganisationen Ein gutes Beispiel dafür, wie große globale Lobbygruppen weltweit Einfluss auf die öffentliche Meinung und auf politische Ereignisse nehmen, kam am 15. August 2016 ans Licht, als die Plattform DC Leaks 2576 interne Dokumente der Open Society Foundations des Finanzmagnaten und Spekulanten George Soros enthüllte. Soros, der 1992 bekanntlich ein Vermögen damit verdiente, dass er den Bankrott der Bank of England provozierte, steht heute hinter einem weltweiten Netz von Nichtregierungsorganisationen, die in rund 40 Ländern angesiedelt sind. Gefördert werden so unterschiedliche Organisationen wie die Demokratische Partei in den USA, zum Beispiel auch Hillary Clintons Wahlkampf im Jahre 2016, Gruppen, die sich für die Palästinenser einsetzen oder die US-amerikanische Bürgerrechtsbewegung Black Lives Matter. Das massive Datenleak belegt unter anderem auch das OSF-Engagement in der Ukraine vor, während und nach dem umstrittenen pro-westlichen Regierungswechsel im Jahre 2014. Obwohl die Authentizität der enthüllten Dokumente nicht in Frage steht, wurden die Absichten und Hintergründe von DC Leaks durchaus kritisch kommentiert. Wie man auf der inzwischen vom Netz genommenen DC Leaks Webseite lesen konnte, sahen die Betreiber in dem ungarischstämmigen US-Amerikaner George Soros den Hintermann und Antreiber nahezu aller Revolutionen und Putschversuche, die in den letzten 25 Jahren auf der Welt stattgefunden haben. Neben dem Ziel, die mutmaßlichen Manöver aufzudecken, mit denen Soros weltweit Einfluss auf Fragen von Gesellschaft und Politik nimmt, war auf der Startseite der DC Leaks Webseite zu lesen, man wolle einen freien Zugang zur Open Society Foundation und den mit ihr verbundenen Organisationen schaffen, um deren Arbeitspläne, Strategien, Prioritäten sowie andere von Soros Aktivitäten offen zu legen, damit mehr über eines der einflussreichsten unter den weltweit aktiven Netzwerken bekannt werde. Der vielleicht kontroverseste Aspekt der ganzen Aktion ist allerdings die Frage, wer hinter den DC Leaks steckte. Die Betreiber behaupteten, es handele sich um US-amerikanische Hacktivisten, doch die US-Geheimdienste und einige auf Cybersicherheit spezialisierte Unternehmen vertreten nachdrücklich die These, hinter der im Juni 2016 gelaunchten Webseite steckte der russische Militärgeheimdienst GRU. Auch wenn man von DC Leaks absieht, bleibt Soros für viele eine umstrittene Figur. Zu nennen ist etwa die ungarische Regierung unter Viktor Orbán, die mit Soros einen Privatkrieg um die von dem Magnaten finanzierte Central European University, CEU, in Budapest führte, die schließlich im Dezember 2018 ihren Abzug aus Budapest bekannt gab. Viele politisch eher rechtsstehende misstrauen seinem antinationalistischen, kosmopolitischen Standpunkt und verurteilen, dass er sein immenses Vermögen dafür einsetzte, auf der ganzen Welt progressive und liberal gesinnte Bewegungen und Institutionen zu fördern. Auf der Soros entgegengesetzten Seite des politischen Spektrums steht der US-Milliardär Robert Mercer. Er und seine Familie unterstützen 2015-2016 den Präsidentschaftswahlkampf Donald Trumps mit Großspenden in Höhe von rund 36 Millionen Dollar. Hinzu kommen wahrscheinlich noch zahlreiche Spenden für entsprechend ausgerichtete, gemeinnützige politische Organisationen, die ihre Spenderlisten nicht veröffentlichen müssen, sich aber trotzdem politisch engagieren dürfen. Außerdem war Mercer Großinvestor in der umstrittenen Datenanalysefirma Cambridge Analytica, die, wie sich 2017 herausstellte, unerlaubt Zugang zu den Daten von Millionen Facebook-Nutzern erhalten hatte, um diese im Wahlkampf vor dem britischen Referendum gezielt zugunsten der Brexit-Befürworter ansprechen zu können. Da stellt sich durchaus die Frage, wie diese Einflussnahme einer von einem US-Milliardär kontrollierten Datenanalysefirma zu bewerten ist. Immerhin ging es bei dem Referendum um eine Schicksalsfrage der Nation und einen wichtigen Wendepunkt in der EU-Politik des Landes mit Auswirkungen auf ganz Europa und darüber hinaus auf die ganze Welt. Wahlkampfmanipulationen Als Ende Dezember 2016 weltweit in Presse- und Nachrichtensendungen die mutmaßliche Einflussnahme russischer Geheimdienste auf das Ergebnis der US-amerikanischen Präsidentschaftswahlen diskutiert wurde, berichtete der Journalist Shane Dixon Kavanaugh von einer Untersuchung des Politikanalysten Don Levin vom Institute for Politics and Strategy der Carnegie Mellon University Pittsburgh, Pennsylvania, die sich mit Versuchen der Vereinigten Staaten befasst, Wahlprozesse in anderen Ländern zu beeinflussen. Levin, der eine Vielzahl von Quellen konsultiert hatte, deklassifizierte Dokumente der US-amerikanischen Geheimdienste, Memoiren ehemaliger CIA-Agenten, Berichte des Kongresses über Geheimdienstaktivitäten, diplomatische Archive aus der Zeit des Kalten Krieges und akademische Studien, kam zu dem Schluss, dass das Weiße Haus zwischen 1946 und 2000 auf Wahlen in 45 Ländern Einfluss genommen habe. Von Wahlkampagnen auf den Philippinen in den 1950er Jahren bis zu den Wahlen in Nicaragua 1990, als die CIA Informationen durchsickern ließ, die den Sandinisten schadeten. Dabei sind Putsche und versuchte Regimewechsel, falls sich ein Washington nicht genehmer Kandidat durchsetzte, noch gar nicht berücksichtigt. Das Weiße Haus ergriff je nach den Umständen sehr unterschiedliche Maßnahmen, darunter die Verteilung von Propagandamaterial, die Unterstützung bevorzugter Parteien und Kandidaten, die Zusage von Wirtschaftshilfen oder die Drohung, sie denen zu streichen, die sie bereits erhielten. Wenn gleich ein Großteil der genannten Eingriffe in ausländische Wahlprozesse im Kontext des Kalten Krieges stattfand und darauf abzielte, den Einfluss der Sowjetunion über linke Parteien zu beschränken, zeigt Levin, dass das Weiße Haus nach dem Fall des Eisernen Vorhangs 1991 weiterhin Einfluss auf Wahlen nahm. 1996 sogar in Russland selbst. Übrigens kam auch Moskau bei Levins Nachforschungen nicht ungeschoren davon. Den Russen konnte er in 36 Fällen zwischen 1946 und 2000 den Versuch nachweisen, Wahlen in anderen Ländern zu beeinflussen. Der jüngste bekannt gewordene Fall stammt von Anfang Mai 2017, als kurz vor dem zweiten Wahlgang der französischen Präsidentschaftswahlen über die sozialen Netzwerke Zehntausende von persönlichen und beruflichen E-Mails des liberalen Kandidaten Emmanuel Macron durchsickerten, die dem Anschein nach erst Wochen zuvor gestohlen worden waren. Das Datenleck hatte offenbar zum Ziel, Macron zu schaden und seine Widersacherin, die rechtsextreme Marine Le Pen, voranzubringen. Manche Kommentatoren stellten Macron als einen von der französischen Linken mit Unterstützung der Freimaurer und sogar des Zionismus geschaffenen Kandidaten dar, der die mehrheitliche Unterstützung der europäischen Presse und der EU-Institutionen genoss. Andere bezeichnen die Operation die unter der Bezeichnung Macron-Leaks bekannt wurde als Manöver des Kremls, während wiederum andere eine Operation unter falscher Flagge darin vermuten. Eine verdeckte Aktion mit der Absicht, sie einem Dritten in die Schuhe zu schieben, just um Le Pen und nebenbei auch Moskau zu diskreditieren, dass diese offen unterstützte. Anders als bei den Vorfällen während der Kampagne zu den US-Wahlen 2016, als offenbar sämtliche geleakten E-Mails der Kandidatin Clinton echt waren, mischten sich in diesem Fall den Ermittlern zufolge echte und gefälschte Nachrichten. Indirekte Herrschaft durch expansive Demokratieförderung Eine der umstrittensten US-amerikanischen Organisationen ist das National Endowment for Democracy, NED. 1983, unter Präsident Reagan gegründet, betreibt diese Stiftung seither auf der ganzen Welt Demokratieförderung. Vor dem Hintergrund des Kalten Krieges finanzierten die Vereinigten Staaten über diverse Organisationen Initiativen zur Förderung der Menschenrechte und des politischen Pluralismus in der UdSSR. Von der sowjetischen Führung wurde das als klarer Versuch betrachtet, die etablierte Ordnung in den kommunistischen Ländern zu unterwandern, die damals unter sowjetischer Ägide standen. Während ihrer ersten Jahre konzentrierte das NED seine Bemühungen auf die Länder Osteuropas, insbesondere Polen. Zu den herausragenden Aktivitäten der Stiftung zählen das Sponsoring des Relief Center for Estonia Prisoners of Conscience 1986 und die Finanzierung der American Latvian Association 1988 sowie der Americans for Human Rights in der Ukraine 1979 bis 1988. Als George H. W. Bush 1989 die Präsidentschaft der Vereinigten Staaten antrat, begann das NED auch andere Institutionen zu finanzieren, etwa die Alliance for the Self-Determination of Armenia, das Center for Democracy in the USSR, zur Unterstützung der Krim-Tatarischen Bewegung und die Lithuanian Catholic Religious Aid. Jenseits der damals prägenden Rivalität zwischen Washington und Moskau nimmt das NED seit jeher Anteil am politischen Schicksal des amerikanischen Kontinents. So finanzierte die Stiftung 1984 einen panamaischen Präsidentschaftskandidaten, der Anhänger von General Noriega und Favorit der CIA war. Sechs Jahre später, 1990, sponserte sie nahezu im Alleingang die Wahlkampagne des haitianischen Präsidentschaftsanwärters Marc Basin, eines Vertreters der Rechten. Ebenso überwies sie Anfang der 1990er Jahre über mehrere Jahre hinweg, erhebliche Summen an die Cuban American National Foundation, die gegen Fidel Castro opponierte. Die Regierung von Venezuela wiederum klagt seit der ersten Amtszeit von Hugo Chavez über Einmischungen des NED in die Politik des Landes durch Finanzierung antischavistischer Gruppen. In zahlreichen Ländern auf der Welt erfüllt das NED über diverse ökonomisch von ihr abhängige Organisationen ihre Aufgabe, darunter das Freedom House, das National Democratic Institute for International Affairs und das International Republican Institute. Kritiker des NED führen ins Feld, dass es sich zwar um eine private Organisation handele, dass ein Großteil ihrer Mittel aber de facto vom US-Kongress stamme, sodass das NED nichts als ein weiteres Werkzeug in Washingtons Hand sei, um seine geopolitischen Ziele zu erreichen in Vertretung der nationalen Interessen der USA. Die schärfsten Kritiker behaupten sogar, die Stiftung sei seit ihrer Gründung zusammen mit den Organisationen, die sie mit Mitteln ausstattet, dazu eingesetzt worden, in Ländern mit einer unliebsamen politischen Ausrichtung Uneinigkeit und Zwietracht zu sehen. Dazu unterstütze sie Medien, politische Parteien, Gewerkschaften und eine Vielzahl ziviler Organisationen, die gegen die jeweilige Regierung opponieren. Eigentlich heißt es, tue das NED dasselbe, was auch schon der CIA vorgeworfen wurde, wenn auch auf etwas transparentere Weise. Neuntens, beuge das Gesetz, um deinen Feind zu beugen. Im 19. Jahrhundert erklärte der deutsche Reichskanzler Otto von Bismarck, jede Regierung nehme lediglich ihre Interessen zum Maßstab ihrer Handlungen, selbst wenn sie diese dann durch rechtliche Erwägungen verbräme. Viele Jahre später, 1975, verwendeten zwei australische Professoren, John Carlson und Neville Jomans, den Begriff Lawfare, um den Übergang vom Krieg der Waffen zum Krieg der Worte zu bezeichnen. Der Ausdruck erlangte 2001 durch einen Essay von Charles J. Dunlap eine gewisse Bekanntheit. Dunlap definiert in seinem Aufsatz Lawfare als die Anwendung von Gesetzen als Kriegswaffe. Als hoher Offizier beim Judge Advocate Generals Corp der US Air Force beschäftigte er sich konkret mit der Manipulation des Völkerrechts durch die Taliban in Afghanistan. Doch das von ihm aufgegriffene Konzept des Rechtskriegs warf Licht auf eine Methode, die seit vielen Jahrhunderten in Konflikten geh- und missbraucht wird. Angefangen bei der Debatte, welche Kriege aus religiöser, moralischer und juristischer Sicht als gerecht gelten und daher als wert geführt zu werden. Schutzverantwortung, Evolution und Anwendung eines Rechtsprinzips 2011 intervenierte die NATO in Libyen mit einem Mandat der Vereinten Nationen, die aufgrund eines angeblich bevorstehenden Angriffs auf die Zivilbevölkerung von Benghazi das Prinzip der Schutzverantwortung geltend gemacht hatten. Tatsächlich wurde mit diesem Mandat, dessen alleiniges Ziel es war, Zivilisten zu beschützen, im Endeffekt durch Parteinahme für die libyschen Rebellen ein Regierungswechsel provoziert. Gewiss war Gaddafis Regime verbrecherisch und verletzte die Menschenrechte seiner Bürger, aber ebenso gewiss gab es da auch die Interessen der Ölindustrie. Vor dem Krieg produzierte das nordafrikanische Land fast 1,6 Millionen Barrel pro Tag, 2% der weltweiten Fördermenge und nach Nigeria und Angola die dritthöchste in Afrika. Die europäischen Mineralölgesellschaften waren in Libyen stark engagiert. Warum interveniert man in bestimmten Konflikten und in anderen nicht? Warum betreibt Frankreich Missionen in einigen Ländern von Afrika, die zu seiner Einflusssphäre gehören und drängt auf einen Einsatz der EU? Was legitimiert eine Intervention? Wir sprechen hier nicht von dem bereits erwähnten nach den Attentaten vom 11. September durch George W. Bush ausgerufenen War on Terror, der noch um einiges zwiespältiger ist. Es geht vielmehr darum, dass ein von der internationalen Gemeinschaft angenommenes und in nationale oder internationale Gesetzgebung überführtes Prinzip instrumentalisiert wird, um geopolitische und geoökonomische Ziele zu erreichen. Diese Strategie, der Lawfare ermöglicht es Staaten, rechtliche Regelungen nach Belieben zu verbiegen und zu verdrehen, um ihre Aktionen zu legitimieren. Hauptsächlich seit dem 17. Jahrhundert entstanden einvernehmliche nicht-theologische Prinzipien, denen zufolge völkerrechtlich die Verteidigung der eigenen Grenzen, der Selbsterhalt und die Notwendigkeit, Krieg als Ultima Ratio der Konfliktlösung nach Ausschöpfung aller friedlichen Mittel als gerechte Ursachen von Kriegen gelten. Im 21. Jahrhundert ist nun ein neuer Grund auf den Plan getreten, die Schutzverantwortung. Auf den ersten Blick könnte man denken, dass es da nichts einzuwenden gäbe. Ist es nicht naheliegend, Menschen zu helfen, die leiden, verfolgt werden oder denen gar die Vernichtung durch ihre eigene Regierung droht? Die Wurzel des Problems liegt darin, dass das aufgerufene Prinzip nicht eindeutig definiert ist und deshalb frei interpretiert werden kann. Und genau das geschieht, wenn die Konzepte der Souveränität, der Nicht-Einmischung und der Menschenrechte dazu dienen, eine militärische Intervention in einem anderen Land zu vertreten. In diesem Sinne war Henry Kissinger der Ansicht, Konzepte wie Demokratie, Menschenrechte und internationales Recht, die von Krieg führenden Parteien regelmäßig ins Feld geführt würden, seien für gegensätzliche Interpretationen einfach zu offen. Die Suche nach Rechtfertigung und Legitimierung von bewaffneten Konflikten ist alles andere als neu. Wenn Streit und Krieg so alt sind wie die Menschheit, so ist es auch der Versuch, Gründe dafür zu finden und sie zu rechtfertigen. Cicero vertrat die Meinung, die Legitimität von Krieg sei eine Frage der Moral und legte so den Grundstein für spätere Betrachtungen zur Frage des gerechten Krieges. Die Theorie dazu wurde in der Spätantike, im Mittelalter und in der frühen Neuzeit durch christliche Denker wie Augustinus, Thomas von Aquin, Francisco von Vitoria, Francisco Suérez und den Vertretern des Naturrechts, Hugo Krozius weitergeführt, die alle versuchten, Kriterien zu konkretisieren, nach denen es rechtmäßig wäre, einen Krieg zu erklären und durchzuführen und ihm zugleich Grenzen zu ziehen. Die rechtliche Formalisierung des Gebrauchs von Gewalt fand im 19. und 20. Jahrhundert ihre endgültige Form im Völkerrecht und im Modell der Vereinten Nationen. Die Kriegsführung verändert sich mit der Entstehung von Staaten, weil an diese ein weiteres Konzept anschließt, das der Souveränität. Aus diesem grundlegenden Prinzip ergeben sich zwei weitere, Unabhängigkeit der Staaten und Nicht-Einmischung in deren innere Angelegenheiten. Der Theorie des gerechten Kriegs nach lassen sich diese Prinzipien traditionell nur außer Kraft setzen, wenn es um eine Intervention aus humanitären Gründen geht. Eine solche kann mit der Pflicht begründet werden, die Bevölkerung anderer Staaten vor Übergriffen ihrer eigenen Regierung zu schützen. Historisch betrachtet dienten derartige Interventionen meist der Verteidigung von Landsleuten im Ausland, ein Anlass, der von dem letztgenannten nicht unterschieden wurde. Im 19. Jahrhundert galt als eine der Bedingungen für die Anerkennung eines souveränen Staates durch die internationale Gemeinschaft, dass dieser in der Lage sein musste, die innere Ordnung zu gewährleisten und Leben und Eigentum ausländischer Bürger zu schützen. Zwischen 1913 und 1927 setzten die Vereinigten Staaten in mindestens 70 Fällen Militär ein, um US-amerikanischen Staatsbürgern im Ausland Schutz zu bieten. Zu den bekannten einschlägigen Beispielen zählen der Boxeraufstand in China um 1900 und die Kongo-Krise 1964, in denen jeweils eine Koalition von Staaten zugunsten von Bürgern unterschiedlicher Länder intervenierte. Die humanitäre Intervention ist eng verbunden mit dem Konzept der Souveränität als Verantwortung. Aus dieser Vorstellung heraus entstand bei den Vereinten Nationen das Prinzip der Verantwortung zum Schutz, das Interventionen in anderen Ländern legitimiert, um deren Bevölkerung beizustehen, wenn der Staat seine eigenen Bürger nicht beschützen kann oder will oder wenn er gar selbst durch systematische massive Gewaltakte gegen die Menschenrechte verstößt. Bis hierhin scheint das alles ganz vernünftig, doch wenn die Vereinten Nationen verpflichtet sind, international Frieden und Sicherheit aufrecht zu erhalten und insbesondere der UN-Sicherheitsrat darüber entscheidet, was in der Welt eine Bedrohung für Frieden und Sicherheit darstellt, wie lässt sich das Prinzip der Schutzverantwortung dann objektiv umsetzen? Die größte Kritik an dieser Doktrin lautet dementsprechend, dass sie unzureichend entwickelt sei, wozu vielleicht auch der politische Wille fehlt. Die fünf ständigen Mitglieder des Sicherheitsrats mit ihrem Vetorecht entscheiden, wo und wie die Menschenrechte der Bevölkerung anderer Staaten zu verteidigen sind und es ist unvermeidlich, dass diese Entscheidung direkt von ihren eigenen geopolitischen und ökonomischen Interessen abhängt. Hier nun kommt die Strategie der Lawfare ins Spiel. Durch ihre Anwendung dienen militärische Interventionen dem Gewinn und der Bewahrung von Einfluss und Macht, was zu heftigen Diskussionen führen kann. Von der eigentümlichen Zusammensetzung des UN-Sicherheitsrats einmal abgesehen, bringt das Prinzip der Schutzverantwortung auch eine schwerwiegende Gefahr mit sich, ist doch die Intervention im Namen großer Prinzipien aber zum Nachteil Dritter eine der willkürlichsten Praktiken in der Geschichte. Libyen war das erste Land, in dem die Schutzverantwortung umgesetzt wurde, nachdem die Resolution 1973 des UN-Sicherheitsrats mit zehn Ja-Stimmen und fünf Enthaltungen angenommen worden war. Von den ständigen Mitgliedern enthielten sich Russland und China. Doch wurde die Resolution derart fehlinterpretiert, dass sie das gesamte Prinzip in Misskredit brachte. So offensichtlich war die Verdrehung, dass der marokkanische Jurist Mohammed Ben-Nuna, einer von 15 Richtern am Internationalen Gerichtshof, bei einer Konferenz, die Anfang Juni 2017 an der spanischen Diplomatenakademie in Madrid abgehalten wurde, zu dem Schluss kam, Zitat, Das Konzept der Schutzverantwortung starb 2011, als wir unter dem Vorwand der Sicherheit der Bevölkerung nach Libyen zogen, um Gaddafi umzubringen. Zitat Ende. Und was ist mit Syrien? Warum sollte die Verantwortung zum Schutz nicht auch dort greifen? Gewiss, es handelt sich um einen anderen Konflikt, aber die Wellen von Flüchtlingen vor allem vor den Toren Europas geben, als ob das noch erforderlich wäre, Zeugnis davon, dass die Zivilbevölkerung keineswegs in Sicherheit ist. Vielmehr sieht sie sich weiterhin systematischen Angriffen auf Städte, Krankenhäuser und Flüchtlingslager ausgesetzt. Doch in Syrien haben verschiedene Mächte gegensätzliche Interessen. In diesem Szenario wird deutlich, dass die Schutzverantwortung kein Instrument ist, das die Bevölkerung vor dem Bruch grundlegender Menschenrechte bewahren soll. Russland hat im Land Wirtschaftsinteressen und im Tartus als eine Marinebasis, dazu starke geopolitische Interessen. Der russische Einfluss in der Region reicht bis in den Kalten Krieg zurück und soll unter keinen Umständen den USA und Europa geopfert werden. Auf der anderen Seite betrachtet der Iran den syrischen Präsidenten Al-Assad als wichtigen Verbündeten in der Region, da die Regierungen beider Länder unter schiitischer Kontrolle stehen. Darüber hinaus ermöglicht Syrien Teheran eine Verbindung zur Hisbollah im Libanon, von wo aus der Iran eine Bedrohung für Israel aufrechterhalten kann. Dann wären da noch die Vereinigten Staaten, die unterstützt von ihren traditionellen Verbündeten und anderen arabischen Ländern angeblich angetreten sind, um um einen weiteren Vormarsch des islamischen Staates zu stoppen. Hinzufügen ließen sich die Interessen weiterer Akteure wie der Türkei und Israel, ganz zu schweigen von europäischen Mächten wie Frankreich und Großbritannien, die den Mittleren Osten nach der Niederlage des Osmanischen Reiches im Ersten Weltkrieg neu geordnet hatten. Angesichts dieser Sachlage mögen alle Parteien ihr Handeln mit der Bekämpfung terroristischer Doch eines steht fest. Es geht ihnen nicht primär darum, die Zivilbevölkerung zu beschützen. Ein anderes Beispiel ist der in einem langwierigen Bürgerkrieg versunkene Jemen. Seit dem Wiederaufflackern des Konflikts im März 2015 gehen die zivilen Opfer in die Tausende. Zudem leidet die Bevölkerung unter einer schwerwiegenden humanitären Krise und weit verbreiteter Mangelernährung. Ein Umstand, auf dem das Amt für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten der Vereinten Nationen mit dem englischen Akronym OCHA seit längerer Zeit hinweist. Auch andere Staaten beteiligen sich mit eigenen Interessen an dem Konflikt, darunter das sunnitische Saudi-Arabien als Anführer einer Koalition von Ländern gegen die schiitischen Houthi-Rebellen. Der Jemen ist ein besonders interessanter Fall, weil von seinem Territorium aus die Meeresstraße von Bab Al-Mandab beherrscht werden kann, über die täglich ca. 3,8 Millionen Barrel Erdöl transportiert werden. Bedenkt man zusätzlich die heikle politische Lage in Somalia, so wäre die Durchfahrt vom und zum Suez-Kanal ernsthaft beeinträchtigt, sollte der Jemen vollends destabilisiert werden und in die Hände terroristischer Gruppen oder simpler Piraten fallen. Die wirtschaftlichen Folgen wären gravierend. Laut dem Global Center for the Responsibility to Protect finden zurzeit in den folgenden Ländern massive Verbrechen statt, die dringendes Handeln erfordern. Syrien, Sudan, Myanmar, Nordkorea, Irak, Jemen und Eritrea. Das Global Center beschreibt die Situation im Südsudan als kritisch und prognostiziert Massenmord und andere Gräueltaten, falls nicht rechtzeitig eingeschritten wird. Im Hinblick auf die Demokratische Republik Kongo, Israel und die besetzten Gebiete in Palästina, Nigeria, die Zentralafrikanische Republik, Burundi und die Philippinen äußert sich die Organisation besorgt über das hohe Risiko von Verbrechen gegen die Zivilbevölkerung. Aber diese Szenarien dürften in den Medien kaum eine wesentliche Rolle spielen oder den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen dazu veranlassen, die Schutzverantwortung geltend zu machen. Nicht nur ist das Konzept also unzureichend definiert, nicht nur stellt seine gescheiterte Umsetzung in Libyen die weitere Anwendung in Frage, sondern es hängt auch so sehr vom Willen einzelner Staaten ab, dass es ausschließlich dazu eingesetzt wird, partikulare Positionen in den jeweiligen Konflikten durchzusetzen. Prinzipien, die eigentlich eine unerschütterliche Säule sein sollten, um im Einvernehmen aller Länder den hohen Wert menschlicher Sicherheit zu wahren, unterliegen damit der willkürlichen Bewertung von Staaten, die sich nach Gutdünken darauf berufen und verkommen so zu einer Strategie im Dienst nationaler Interessen. Untertitelung im Auftrag des ZDF, Untertitelung im Auftrag des ZDF, Untertitelung im Auftrag des ZDF, l ό controvers